Hier nun vom Unboxing zum Fahrvideo. Ja, das ist der Sound. Eine Art Signalhorn. Da ist hier meine kleine Teppichbahn. Ganz gut, würde ich sagen, für so einen Triebwagen. Wobei ich der Meinung bin, dass er in Real deutlich schöner ausschaut, noch mal als im Video. Dann haben wir hier eine ganz tolle Funktion, eine super tolle Innenbeleuchtung. So rum. Sehe ich auch gerade, da ist eine Verpackung unter dem Regal, die muss ich gleich mal wegholen. So, da habt ihr ihn, ja, meiner Meinung nach wirklich einen sehr schönen Triebwagen. Und ich habe mir den ja selber zu Weihnachten geschenkt, sozusagen, also erspart und mir den dann gekauft. Ja, weil sich viele mich gehört haben, dass dieses Jahr wieder kein Silvesterfeuerwerksverkauf stattfindet, habe ich mir gedacht, investiere ich das Ersparte lieber in die Modelleisenbahn. Und das habe ich getan in diesem schönen Triebwagen. Ich hoffe, er gefällt euch auch. Schreibt mir gerne die Kommentare, wie er euch gefällt. Sonst wünsche ich euch jetzt frohe Weihnachten. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.